Heute geht es um einen Tipp in Meetings bzw. bei Afterwork-Veranstaltungen, wenn du zu einer Gruppe von Menschen hinkommst und du weißt nicht, wer ist das Alphatier, wer ist der Chef in dieser Runde. Ganz einfach, Alphatier lässt sich anschauen und alle anderen schauen ihn an. Das heißt, Alphatier konzentriert sich viel mehr auf seine eigenen Interessen und die anderen schauen immer wieder mal zum Alphatier hin. Untertitelung des ZDF, 2020